Musik Ein herzliches Hallo an alle unseren lieben Zuschauer. Nach unserer Rundreise durch Kapadokien verbringen wir nun die letzten beiden Tage im Hotel Castival. Heute steht unser Ausflug nach Antalya an. Doch bevor es losgeht, steht obligatorisch noch der Besuch einer Lederverkaufsveranstaltung auf dem Programm. Bei einer Modenschau, bei der auch einige unserer Mitreisenden als Models auftraten, wurden uns Kreationen aus Leder präsentiert. Untertitelung des ZDF, 2020 In der Gründerkieserstadt ist der Kaiser Antalus, der römische Kaiser Antalus gewesen, im zweiten Jahrhundert. Unser erstes Ziel, nachdem wir auch noch in einer Schmuckfabrik waren, ist der Düdenwasserfall. Er liegt nur wenige Kilometer von Antalias Stadtzentrum entfernt und ist ein wahrhaft magischer Ort. Was den Düdenwasserfall so einzigartig macht, ist seine spektakuläre Lage. Hier stürzt das glasklare Wasser des Düdenflusses über eine hohe Klippe hinab und bildet dabei eine beeindruckende Kaskade aus Gischt und Sprühnebel. Der Anblick und das Geräusch des gefallenen Wassers sind einfach faszinierend und haben schon Generationen von Besuchern verzaubert. Dieser majestätische Wasserfall bietet eine fantastische Kulisse, umgeben von üppigem Grün und klarem, erfrischendem Wasser. Der Anblick und das Rauschen des Wasserfalls sind einfach faszinierend und bieten zahlreiche Fotomotive. Als wir den Blick über die Altstadt von Antalya und den Hafen schweifen, sind wir von einer faszinierenden Szenerie umgeben. Die Altstadt ist ein historisches Juwel, das mit charmanten, engen Gassen und gut erhaltenen Gebäuden aus der osmanischen und byzantinischen Ära aufwartet. Der Mix aus traditioneller Architektur, bunten Häusern und blühenden Pflanzen verleiht der Umgebung ein malerisches Ambiente. Der malerische Hafen von Antalya ist für seine Schönheit und lebendige Atmosphäre bekannt. Mit seiner atemberaubenden Aussicht auf das tiefblaue Mittelmeer und die historische Altstadt ist der Hafen ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher. Wir laufen durch die schmalen Gassen der Altstadt hinunter, entdeckten die charmanten Cafés, Restaurants und die bunten Souvenirgeschäfte, bis wir den Hafen von Antalya erreichten. In diesem Geschäft gibt es Kürbisse einmal anders. Wunderschöne, dekorative Leuchten, hergestellt aus Flaschenkürbis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir genossen den Spaziergang entlang der Promenade. Atmeten die frische Meeresluft ein und bewunderten die beeindruckenden Yachten und Boote. Wir genossen den Spaziergang entlang. Wir genossen den Spaziergang entlang der Promenade. Der Hafen von Antalya ist nicht nur ein Ort für Besucher, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Die Fischerei-Industrie ist hier noch immer aktiv und die frischen Meeresfrüchte sind in den umliegenden Restaurants sehr beliebt. Die Mannschaft ist müde. Die Geschichte von Antalya reicht bis in die Antike zurück und das spiegelt sich auch in den historischen Gebäuden und Denkmäler wieder, die den Hafen umgehen. Eines der bekanntesten Wahrzeichen ist das antike Hadrianstor, das im 2. Jahrhundert nach Christus von den Römern erbaut wurde und ein beeindruckendes Beispiel für römische Architektur ist. In der Nähe des Hafens befinden sich auch Überreste der alten Stadtmauer und das antike Theater. Der Bau des Hafens ist sehr eng mit der Gründung der Stadt Antalya verknüpft. Im Jahre 860 war der Hafen ein Flottenstützpunkt für die arabischen Eroberungszüge. In der heutigen Zeit wird der Hafen nur noch als Yachthafen verwendet. Es handelt sich um ein sehr beliebter Ausgangspunkt für Bootsreisen. Es sind Bootstouren für eine halbe Stunde, aber auch über mehrere Tage hinweg möglich. Ein letzter Blick über den Hafen, bevor wir zu unserem Treffpunkt gehen. Geduldiges Warten, bis alle zurück sind. Manch einer nutzte die Gelegenheit zum Shoppen. Dann geht es zurück ins Hotel. Morgen werden wir die Flussfahrt unternehmen. Es wurde ein fakultativer Ausflug für den letzten Tag unserer Rundreise angeboten. Fast alle unsere Mitreisenden haben diesen gebucht. Die besondere Magie dieser Fahrt auf dem Mannabgabfluss liegt darin, dass wir uns zu einer Zeit auf den Weg gemacht haben, in der noch nicht viele Touristen unterwegs waren. Dadurch hatten wir das Boot fast für uns alleine. Ein echtes Privileg. Ursprünglich hatte ich die Fahrt in Richtung der atemberaubenden Mannabgabwasserfälle erwartet, wo die Natur in ihrer vollen Schönheit erstrahlt. Doch stattdessen legten wir in Mannabgab ab und steuerten in Richtung des Meeres. Da noch keine Hochsassung ist, werden diese vielen Schiffe, die seitlich am Fluss liegen, in den Werften auf Vordermann gebracht. Die Idylle wurde durch die lauten Arbeiten unterbrochen. Man kann sich kaum vorstellen, dass diese Schiffe im Sommer alle auf dem Meer unterwegs sind und Touristen befördern. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Wir waren an einer idyllischen Sandbank, die uns die Möglichkeit bot, bei schönem Wetter ins erfrischende Wasser zu taugen. Einige Modige aus unserer Gruppe wagten sich hinein. Doch wir entschieden uns für einen Liegestuhl. Das Mittagessen wurde von unserem Schiffskoch zubereitet und an Bord serviert. Schließlich machten wir uns auf den Rückweg. Wir vier haben uns dafür entschieden, unseren Aufenthalt zu verlängern. Von den anderen Mitreisenden müssen wir uns verabschieden. Betanken möchten wir uns bei unserer außergewöhnlichen Reiseleiterin sehr, die uns nicht nur bestens betreut hat, sondern uns auch mit wertvollen Informationen über Land und Leute versorgt hat. Nun ist unsere aufregende Rundreise zu Ende. Falls ihr Interesse an den anderen Videos von dieser Reise habt, könnt ihr sie in der Beschreibung finden, wo ich sie verlinkt habe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Abenteuer zu verpassen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.